Wir haben überlegt, was können wir machen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir außer hier zu erscheinen, eine Übe einfach mal in komprimierter Form vorlegen, was er denn alles für uns getan hat und was er uns für geniale Bands in den letzten 10 Jahren hierher geholt hat. Ihr wisst ja sicherlich, im November 2002 hat die ganze Sache seinen Anfang genommen. Da war es das erste Mal RBWL hier im Haus, 2002, über 10 Jahre. Es gibt einen schönen Bildband, 10 Jahre Brock im Wohnzimmer, den möchten wir dir zu deinem 10-jährigen Jubiläum überreichen. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Das ist eine Liste drin, die ist nur in deinem Exemplar drin. Da sind alle Konzerte, die hier jemals stattgefunden haben, die du alternisiert hast. Das war's nicht doch gar nicht mehr. Das war's nicht. Aber das haben wir zusammengestellt. Der hat eine volle Scheibe. Das ist unglaublich. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos.